Hallo liebe Fußballfreunde, Thema R60 Kaiserslautern 3. Liga 2019-2020, 50 Spieltag, R60 Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, Ergebnis 0 zu 3 1. FC Kaiserslautern, Startelf, Lena Griedl, Dominik Schad, Signiker, Marzvila, Hescher, Bachmann, Himmlein, Kulwetter, Starke, Florian Pick, Timmy Thiele, Eintracht Braunschweig, Startelf Ekelstad, Ekelland, Kassel, Zik, Zikele, Nikana, Kokiaviski, Merchik, Ficiner, Bach, Kopilaski, Fikanski, Das war's von R60 Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, Uhrzeit 21.55 Uhr Kaiserslautern gegen Eintracht Braunschweig, Uhrzeit 2021